Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin Moment haben bei 62.350 US-Dollar. Wir haben die Chance vom Golden Pocket vorerst, wirklich vorerst, erst einmal nicht nutzen können. Wir sind ins Golden Pocket reingekommen. Wer sich noch daran erinnern kann, das war unsere Longchance, die wurde auch abgeholt. Wir sind dann über das Wochenende Richtung 64.000 US-Dollar gestiegen und haben jetzt wieder einen Abverkauf bekommen. Wie das jetzt weitergeht, werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Natürlich auch Ethereum, Gold, Forex-Märkte etc. Was ihr halt so immer von mir bekommt. Bevor wir aber starten, lasst das Video gerne ein Like da, abonnet den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale habt. Kommt da gerne rein, den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Gerne auch unsere aktuelle Podcast-Folge anhören, geht wieder los. Und da auch gerne ein Like und ein Abo da lassen. Und wenn ihr noch eine Börse zum Traden sucht, jederzeit bei BingX anmelden. Da ist die Börse, wo ihr einfach wirklich am meisten bekommt. Von Forex, Krypto und natürlich auch Stockmärkte und auch Aktien. Also Link dazu unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 62.350 US-Dollar. Wir gehen mal ganz kurz in den 1-Stunden-Timeframe und schauen uns mal so grob das Bild an, was sich so über das Wochenende ergeben hat. Wie gesagt, wir sind ins Golden Pocket reingekommen. Wir haben dann im 1-Stunden-Timeframe erst einmal eine schöne Bullish-Divergence gehabt. Also es hat sich echt perfekt ausgespielt, so wie wir es letzte Woche darüber noch gesprochen haben. Daraufhin ging es dann erst einmal nach oben. Ich hoffe, ihr habt alle da Profite auf jeden Fall genommen. Ich habe es genommen, bin jetzt aber mittlerweile wieder ausgestoppt. Und jetzt befinden wir uns wieder in dieser Zone. Was bei dem letzten Versuch eigentlich sehr, sehr Bullish war, beziehungsweise sehr, sehr positiv war. Wir haben keinen langen Docht wie hier hinterlassen. Wir haben die Position sehr gut abgeholt. Wir sind unten reingegangen ins Golden Pocket. Leichte Konsolidierung und dann ein Pump übers Wochenende. Wir haben aber kein höheres Hochgeschafft. Und das war hier eben so dieser kleine Minuspunkt. Also hier in diesem Bereich. Wir haben zwar einen WIC gesehen, da drüber, haben die Liquidität hier abgegriffen. Und jetzt ging es wieder nach unten. Also das heißt, wir haben keinen richtigen Strukturwechsel hier bekommen. Wir sind weiterhin eher abwärts gerichtet. Das Golden Pocket hält zwar derzeit noch. Und deswegen geben wir uns wieder einen 4-Stunden-Time-Film. Weil da haben wir dieses Mal, zumindest derzeitige Situation, mal eine kleine 4-Stunden-Bullish-Divergence. Also das heißt, hier sogar noch mal ein bisschen höher gewertet als am Wochenende, wo wir nur eine 1-Stunden-Divergenz hatten. Jetzt haben wir eine 4-Stunden-Divergenz. Da kommt es aber auch ganz klar darauf an, wie wir jetzt in den nächsten Stunden schließen. Wir sollten nicht mehr unter 61.800 US-Dollar drunter kommen. Das ist einerseits natürlich unser Order-Block, den wir hier haben. Und natürlich auch unsere 1-Stunden-Demand-Zone als Support. Also dieser Bereich ist ganz, ganz wichtig. Der Close, muss ich auch ehrlicherweise sagen, gefällt mir nicht so wirklich. Weil wir ein tieferes Tief auch mit Schlusskurs gebildet haben. Das heißt für mich, ich bleibe hier oder bin sowieso raus. Ich würde jetzt aber auch jetzt in der derzeitigen Situation nicht mehr reingehen. Ehrlich gesagt spekuliere ich sogar eher hier drauf. Irgendwann dann hier oben sollten wir jetzt noch mal eine kurzfristige Erholung bekommen. Eben aufgrund eben dieser 4-Stunden-Divergenz, dass wir hier oben dann sogar noch mal einen kleinen Short versuchen in Richtung 63.500 US-Dollar. Und dann möglicherweise den weiteren Abverkauf nach unten hin mitnehmen. Also für mich momentan ist weiterhin die Chance höher, dass wir hier noch mal runter gehen. Also mindestens Richtung 59.600 bis sogar 57.500 US-Dollar circa runter. Weil dort unten einfach die meiste Liquidität liegt. Wir haben hier einerseits noch diesen großen Wig. Wir haben diesen Wig, der noch nicht abgeholt wurde. Und hier auch noch eine größere Ineffizienz, die auch nicht abgeholt wurde. Das heißt sehr, sehr viele Liquidität hier unten, die immer noch nicht abgeholt wurde. Die aber einfach zu verdächtig ausschaut, weil hier sehr, sehr viele Long Orders bestimmt reingeholt wurden in dieses Umfeld. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass wir vielleicht noch mal einen bearischeren Montag haben. Oder vielleicht sogar eine bearische Woche. Wir müssen mal gucken. News-technisch interessiert den Markt momentan ehrlicherweise überhaupt nicht. Also da muss man auch mal was sagen. Deswegen, ich habe jetzt auch nicht die News angeguckt. Können wir immer noch die nächsten Tage. Aber ich denke mal Mittwoch, Donnerstag wird sowieso wieder das Wichtigste sein. Ansonsten, wie gesagt, wäre auch immer noch die Hoffnung. Für alle Bullen da draußen, dass wir hier im Endeffekt dann einen größeren doppelten Boden dann nochmal bilden und dann nach oben hin ausbrechen. Das ist so die bullische Hoffnung. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass diese Range hier über den Sommer bzw. mit einem möglichen Sommerloch dann wieder weiterhin gehalten wird oder eher sogar nach unten. Also ich bin ganz ehrlich, wenn ihr meine persönliche Meinung oder ehrliche Meinung wollt, ich gehe immer noch davon aus, dass wir nochmal Richtung 50.000 US-Dollar runtergehen. Soll jetzt keine Kaufbeeinflussung oder sowas sein. Das ist meine Box, wo ich auf jeden Fall nochmal groß einkaufen werde zwischen 48.000 und 52.000 US-Dollar. Mehr gibt es hier derzeit nicht zu sagen. Gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es da aus? Da hat sich im Endeffekt auch nichts getan seit unserer Analyse von letzter Woche. Wir befinden uns weiterhin in unserem Downtrend-Kanal. In diesem Downtrend-Kanal haben wir zwar so einen kleineren Aufstieg jetzt mittlerweile hier gesehen. Also das heißt, wir befinden uns hier zumindest in einer kleinen Erholungsphase. Was mich aber auch hier stört, die Ineffizienz wurde immer noch nicht gefüllt. Deswegen gehe ich eigentlich auch hier nochmal davon aus, dass wir nochmal eine Erholung kriegen. Verschiebt sich halt jetzt alles, dass wir jetzt wahrscheinlich nur noch Richtung 3.475 bis 3.500 US-Dollar hochgehen sollten. Das wäre so das Maximum hier hoch und da bleibe ich auch weiterhin dabei. Das wäre so ungefähr meine Short-Order momentan. Long-Technisch sehe ich hier einfach momentan nichts. Dafür ist einerseits dieser Week hier unten noch bei knapp 2.865 und dann auch noch hier unten bei 2.800 US-Dollar zu auffällig. Und hier unten diese kleine Lücke mit sehr, sehr viel Liquidität, die unten bei 2.560 US-Dollar anfängt. Und das ist auch weiterhin hier unten die Spot-Kauf-Zone für alle Spot-Kauf-Interessierten. Also auch hier momentan bleibe ich ehrlich gesagt erstmal ein bisschen Seitenlinie. Okay, ansonsten der gesamte Kryptomarkt, nicht wirklich viel passiert, nicht wirklich viel unter die Räder gekommen. Also alles relativ human, keine größeren Abverkäufe oder Pumps derzeit zumindest. Gehen wir rüber zu Gold. Gold auch ehrlicherweise, ey es ist Montag, aber es hat sich auch hier nicht getan. Ich würde hier oben weiterhin, das ist diese Region 2.370 US-Dollar bis 2.380. Das ist so meine Short-Area, wo ich immer noch dafür bin, dass wir dann hier oben Short gehen. Denn momentan sieht es weiterhin meiner Meinung nach danach aus, dass es immer noch möglich ist. Der Weg übers Wochenende oder letzte Woche, besser gesagt am Freitag und Donnerstag, war steinig, dass wir hier nur leicht nach oben hingestiegen sind. Aber mal schauen, was jetzt der Montag bringt. Ansonsten gehe ich aber hier auch eher davon aus, dass wir dann hier oben eben diese Short-Position eingehen und dann eben nochmal einen größeren Abverkauf nach unten hin bekommen. Würde auch sehr, sehr gut vom Volumen passen, was in den letzten Tagen auch immer weiter abfallend ist. Ja, ansonsten, was tut sich noch so bei den Forex-Märkten? Schauen wir auch da mal ganz kurz rein. Also wir haben immer noch unsere Euro-Position, die ich immer noch hoffe, dass sie abgeholt würde. Wir haben immer noch einen Struggle hier in dieser Region zwischen 1,072 Euro und wie hoch sind wir gekommen? 1,074 Euro. Das ist immer noch so ein bisschen die Short-Area. Ich werde das Ganze aber auch hier nicht shorten. Wir haben unsere Short-Position noch offen. Ganz im Gegenteil, ich werde die Short-Position, die wir jetzt noch offen haben, dann hier unten in diesem Bereich schließen und dann auch eine Long-Position aufmachen. Also dieses Konstrukt, was wir hier in den letzten Tagen oder in der letzten Woche gebildet haben, sieht für mich nicht wirklich bullisch aus, dass ich jetzt sagen würde, okay, wir brettern jetzt hier komplett nach oben hin. Also da fehlt mir doch einiges. Deswegen warte ich weiterhin hier unten auf die 1,059 Euro. Und das eignet sich dann auch wieder auch für alle, die ein bisschen viel USD-Tether oder sowas haben, das dann wiederum umzuschichten in Euro. Also ist vielleicht nicht so verkehrt oder auch mal gute Einstiege zu finden, um für eure USD-Tether auch mal ein bisschen mehr Euro zu bekommen. Weil danach kann man sich auch mal ein bisschen immer gerne richten. Ansonsten gucken wir noch auf die Stockmärkte. Was tut sich da? Auch hier hat sich letzte Woche nichts mehr getan. Wir haben weder unseren Short-Einstieg bekommen, noch sind wir irgendwie in die Short-Region gekommen. beziehungsweise wir sind langsam auf dem Weg, wenigstens dahin, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben. Also Region 5.140 bis 5.170. Das ist die Short-Region, die ich gerne noch einmal testen würde. Mit natürlich auch dem Golden Pocket, was hier oben liegt. Mit eben diesem Order-Block, beziehungsweise mit dieser 4-Stunden-Supply-Zone, die hier oben noch liegt. Also auch da müssen wir heute ein Auge drauf werfen. Aber es hat sich, wie gesagt, über das Wochenende überhaupt nicht wirklich was getan. Wir haben keine wirklich signifikanten News bekommen. Es ist relativ ruhig. Derzeit zumindest noch. Also das heißt, wir müssen heute den Montag zumindest noch mal ein bisschen genauer abwarten. Aber das ist meistens so. Montag ist möglicherweise wieder so ein kleiner False-Move-Monday. Volumentechnisch gefällt mir das Ganze immer noch ganz, ganz gut, dass wir sinkendes Volumen haben. Dafür aber steigende Kurse. Das heißt, auch hier haben wir eine kleine Divergenz, die sich dann im Laufe des Montags oder vielleicht auch dann erst am Dienstag langsam ausspielen könnte. Ja, das war es jetzt erstmal von mir. Wie gesagt, relativ kurzes Update. Aber es hat sich auch nicht wirklich viel jetzt erst einmal getan, muss man auch dazu sagen. Aber morgen werden wir das Ganze nochmal ein bisschen mehr auseinandernehmen. Ansonsten würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen, Podcast auf jeden Fall hören. Und dann war es das von meiner Stelle. Wir hören uns dann auf jeden Fall morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay crypto.